du 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 du. Sollen wir gleich ja Erste Ordnung probieren. Ne lass Droiden nochmal. Ja Droiden, Droiden find echt nicht so geil. Ich find 1, 2 Droiden dann noch in Erste Ordnung. Ok beenden. Jurnoses Arthritis und Red My Fathery separatists. Rath and yeah is die nice map, wir müssen zwar ar sabot gehen aber naja. Das ist die, wo wir schon mal vor dem Klonen ein bisschen überrannt wurden. Jo, wahrscheinlich, Digga, sind das so viele. Jeder geht auf einen Punkt, ich gehe auf A. Dann gehe ich auf B. Natürlich, nee, B ist der bittere Punkt, also wohl. Ja, true. Ah, ich nehme C. Ich habe ihn oft geschlafen, kann ich da auch nur geschützt, wenn ich da hinbar. Weil die Grafik ist richtig gut, finde ich. Ach, es geht nur A und B. Dann gehe ich auf A, ich gehe auf A, ich gehe auf A. Dann gehe ich auf B alleine. Na, wir schauen, Alter, wo wir in den Punkt... Ah, das ist eine große Lagerhalle, das schaffen wir. Ja. Ja, Mann. Ich komme Sniper, da ist Sniper echt gut. Lieber renn B, Alter, lieber renn B, ist richtig hart. Infiltrator wird gespielt. Oh, ja, nice. Ich spiele nicht mehr Droideka, weil mit dem ich kann so mit Droideka spielen. Aua, ich habe mir selbst in Luft gesprengt. Ich habe auch noch die Explosion gesehen. Wir müssen zu B, ich verteile gerade A. Jetzt ihr müsst zu B. Ich snipe gerade ein paar Personen weg hier. Auf Ehrenlos unter dem Fahrzeug durch. Da sehe ich nicht so viele. Da ist ein Fliegetruppler. Ich habe drei AP, Junge. Ich bin tot. Ja, ich bin tot, aber ich habe noch gut gespielt. Warte mal, bin ich. Bleib da, bleib da. Ah, scheiße. Ups. Ja, okay. Egal. Der nächste wird, werden wir auch verlieren. Aber die zweite Nacht, dass wir den Trif anbauen. Ich habe einen Droideka. Ey, Julian, drück mal. Du kannst Schrift drücken, dann ist er noch viel schneller. Rückschrift dabei. Ah, ja, lol. Also das hier ist so... Das ist halt so, das ist halt für die Klone. Absolut nice. Also die können sich dann immer hier hinter diesen Boxen verstecken. Das ist immer richtig weird. Aber für die Nächsten, die sind richtig geil für die Droiden, meiner Meinung nach. Also man hat richtig Spaß irgendwie. Oh, wir haben Grievous, wir haben Grievous. Der Spot ging irgendwie schon, ja, aber kann manchmal echt ekelhaft werden, wenn die dann auf einer Seite nicht sind, auf der anderen Seite. Und dann campen hier immer so Klone. Also ich habe ja drückend drei Karten. alle auf T4 drin. Hey, der Spot geht voll klar. Ja, der geht wirklich klar. Jo, du schießt einfach durch die Wand durch. Die zu dritt ist die Matte wirklich einfacher. Alles vercleat? Die Möbel ist alles clear. Ja, das Obi-Wan. Wo, wo, wo? Ah, ich bin tot. Scheiße. Wo ist Obi-Wan? Wo? Äh, unten ist glaube ich. Unten sind in general auch vier Klone. Also, ich höre immer wieder zu spättern. ich bin tot scheiße mich hat er auf der treppe gescheitert habe und dann gekillt mit dem droniker komplett von 100 auf null untergeschossen Nice, okay, okay, okay Was? Ich hab' jetzt mal eine Ehe, du Scheiße Ja, ich seh, ich seh Ich baller grad, komm mit rüber Alles Ja, ich geh' auch, ich hab' mit 10 Klonen da gekillt Ich, ich roll' rüber, ich zu A Ah, bei A's Anakin, bei A's Anakin Ja, ich kill' den Na ja, bei Bigfoot sind wieder welche Okay, Minigarten Ah, Stalle Okay, Obi-Wan ist einfacher, das könnte als Anakin, definitiv Ja, auf jeden Fall Ich geh' mit Small rein Ja, Moin, ich hab' nur 900 Punkte Ich hab' 4.800 Ja, Digga, ich bin der Letzte Ich hab' nur plus 10.000 Punkte, Junge 1.000 Spieler-Kill-Serie mit nem Heavy-Droiden So Ich bin bei A, ich deck A, ich deck A Vorsicht, ähm, Vorsicht, Vorsicht, da kommt Ein Klon-Kommando, die können echt schwer sein zu killen Allein wegen ihren Fähigkeiten Ja Äh, ich hab' ihn fast, er ist tot Ja Ja, Anakin Vorsicht hinter dir Fuck, Vorsicht War' ich tot, ich bin tot Na, ich bin tot Ja, mein Ausdauer war unter, schade Ich hab' 3.000 Punkte hochgekommen Johann, ich bin bei dir Ich bin bei B Und ich bin sehr low Ich bin bei dir, ich bin bei dir Nice, okay, okay Ich kann das alleine decken, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Jedi kommt Ja, bei, äh, A sieht's schlecht aus Ich hab' vorhin das General Grievous Das gibt's auch nicht Grievous deckt das Ja, nice, wir kriegen das, wir kriegen das Selbst wenn nicht, dann klauen wir den für die Zeit Hier sind Klone ein paar, aber ich krieg' die Hier sind normale Klone, normale Klone Wenn die nur normale Klone kommen, kann ich das ganz alleine decken Hm Der schießt einfach nicht, wer ist er? Der schießt einfach nicht, hä? Der ist einfach nur rumgelaufen Chewbacca Nee, irgendein Wookie ist bei mir, irgendein Wookie Komm mir grad klar auf A Hm Bei B Ist schwierig bei mir, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Ich sterbe hier Ich komm rüber Ja, komm rüber Ich bin der Madruidiker Ja, B ist schwierig Würde ich jetzt mal so einen Ich spring bei dir, Conor Ich komm bei dir Ja, das gewinnen wir, glaub ich Jo, es ist nie, wer ist denn noch mehr, lol? Was? Ich bin richtig low, ich hab 14 AP Wir müssen zu B, wir müssen zu B Ja, B bin ich gerade Ich roll rüber Ich roll, ich roll rüber Scheiße, da war der Thermal-Bloader von dem Wookie So, 10 Sekunden, ja, das schaffen wir Außer die, äh, außer die können jetzt da ähm Weiß wird das eingenommen Oh ne, Verlängerung Oh ne, Verlängerung Komm nochmal, Rüdiker, bitte B wird erobert, nein Ja, ja, ich bin der Madruid B Ich komm direkt zu B Ich komm direkt zu B Ich bin tot, Junge Boah, machen die viel Schaden Scheiße Naja Scheiße, wir haben es eingenommen Ja, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit auf jeden Fall fürs nächste Okay, das heißt, wir können jetzt Ah, das ist der Spot Drei Minuten Ja, Moin Ja, Moin Das kriegen wir Die Taktik hier ist, guck mal, die Taktik sind Jeder nimmt sich hier eine, ähm, von den Türen Oh ja, das ist die Super Das Und wir kämpfen die einfach ab dann Hier hab ich soo Ich nehm die mit, ich bin, ich nehm die mit Nee, nee, lass mich mit, mit Rüdiker hab ich hier so gut rasiert schonmal Also, immer wenn ich mit Rüdiker spiele, rasiere ich hier richtig gut Wenn die kommen grad Rüdiker Soll ich dir helfen? Ähm, ja, wenn du willst Ja, ich sag Bescheid, wenn du dringend bist, dann komm vor Yoda, Yoda, ich brauch Hilfe Komm mal, komm mal, komm mal Ich bin tot Er hat mich wahrscheinlich Ja, Yoda hat mich, aber ich hab noch gut Damage gemacht Ja, das ist natürlich dann sehr belastend Ja, das ist natürlich dann sehr belastend Ja, das ist natürlich dann sehr belastend Du, das ist tot Sehr nice Sehr nice, sehr nice, gut gemacht Komm, wir müssen, wir müssen Ich spei jetzt nicht irgendwie auf irgendein Bett Du bist tot, scheiße, Alter Nee, die Türen gehen nicht schnell gut auf Oh, jetzt Pappi, jetzt Pappi, jetzt Pappi, jetzt Pappi Oh, shit Ey, die machen so viel Schaden, ey, ich bin auch tot Deshalb habe ich mal ein Schild noch Überleg mal auf ihn Naja, ist kein Ding Benut Also, wir haben, die haben ja nicht mehr so viel Zeit für den letzten halt Ja, auf jeden Fall, das ist der Vorteil halt Guck mal, noch ein Minuten haben wir Nee, nee, wir schaffen doch jetzt schon Wir müssen zu ABA sind die Ja Kann man achten, bei mir irgendwo? Ah, der war unter mir, okay Ah, Sektor verloren, das ist ein Dreck Oh, nee Nein, wir haben es Ey, okay, der Spot ist einfach Also, nicht einfach, aber der Spot Was, die haben die das bekommen, Alter Ich clear gerade alles Die waren bei A, die waren bei A Ja, ja klar, ich hab Arad richtig hart geklittert, da war kein Einzelner drauf Ja, ich weiß Das ist blöd, manchmal Aber Hier ist es einfach, man stellt sich hin und hofft, dass keine Helden kommen Weil bei Helden ist dann immer blöd Ja, wenn die sterben, nämlich Maul einfach noch Mit Rüdiger fahm ich dann auch Punkte auch, ne? Ja, ja, ja Ja, Yoda ist bei mir und Obi-Wan Oh, ich seh die beiden, ich seh die beiden, ich seh die beiden Ich schließe einfach gerade drauf Ich schließe einfach gerade drauf Yoda kommt hoch Yoda ist da Wo? Hä? Ich seh ihn nicht Warum bin ich hier angefahren? Da hat er, ach du, da hat er Ah Yoda ist zu schnell Ja, wow Yoda ist zu schnell Man spawne ich gleich mit Maul rein Oh, Grievous kämpft gegen Yoda gerade Ja, ich wieder schützt Grievous Ich bin tot, äh Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot gegen johann jetzt trägt bei dem infiltrat ist immer so mit dem abjohann oder stammt ist die oder da oder da und ich habe ihn gekillt nice junge wir schaffen das ja zwei minuten kommen kriegen kriegen das ding ist ja noch nichts davon erobert fein auf dem flachfeld scheiße auch lecker 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 ich bin schwirren einfach immer als sniper das thema bescheidigt wer von euch drübers niemand glaube ich ich glaube das ist der rennen ja bei mir dubiwan annaken ja ich sehe ihn ich sehe ihn ich weiß gar nicht auf ihn ach man wenn ich schuze einfach abgelenkt ich jetzt mal rein um annaken zu külm die ganze generale grieber smith aber ich kann mich nicht um die kümmern ich muss betonen die kümmern siegen ja nice hab annaken verlängerung scheiße ich hab annaken ich hab annaken bleib da ne nein ja nein gute arbeit noch eine hohe droiden und danach machen wir dings erster ordnung ja wie war ich denn ein dritter